hallo und deko mai herzlich willkommen zum neuen fortnite shop video am 11 mai es geht auch gleich in drei sekunden los 21 und dann schauen wir was heute den shop reinkommt jawohl Da gibt es die Sonnen-Skins wieder. Da gibt es Aurum zurück. Ah, der Architepe ist da. Okay, Bannerbrigade. Okay, gucken wir uns das mal genauer an. So, da haben wir das Sonnensoldaten-Paket mit dem Sonnenvogel. Mit und ohne Maske und dann noch in lila. Mit Flügeln. Dann kommen die Neuigkeiten, die stören. Mit dem Gleiter im Sonnenaufgang. Dann gibt es noch Hypnor. Ebenfalls in den verschiedenen Farben. Mit Backblink. Und dann gibt es noch die Axt. Axt-Stack. Alles nach 30 Tagen zurück im Shop. Dann gibt es Aurum zurück. Mit einem strahlenden Umhang. Aurum ist nach 31 Tagen zurück. Genauso wie sein Gleiter. Der Drache. Dann gibt es den Architepe zurück. Der ist nach 549 Tagen zurück im Shop. Also schon etwas seltener. Dazu gibt es dann das Servo. Den Gleiter. Und die Messhacke. Dann haben wir die täglich vorgestellten. Einmal die Sturmspezialistin. Die ist nach 32 Tagen zurück. Und dann gibt es den Aufklärer nach 549 Tagen zurück. Dann gibt es heiß und kalt die Lackierung. Nach 524 Tagen zurück im Shop. Und es gibt geschmeidige Moves. Nach 29 Tagen zurück. Dann haben wir noch Klack. Einmal nach 34 Tagen zurück. Und oberpeinlich nach 51 Tagen. Ja, der packt sich hier an den Kopf. Dann haben wir die ganzen Bannerbrigade zurück. Nach 30 Tagen das ganze Paket. Und die Items. Gehen wir einmal kurz durch. Bannertruperin. Mustersoldatin. Feldwebel. Musteraufmischer. Symbolsoldat. Der Leutnant-Logo. Signaturschütze. Bannerumhang gibt es dann. Da kann man seine Banner dann draufpacken. Dann gibt es das Banner-Schild. Ein nice item finde ich. Dann gibt es die Wappenhacke. Und einmal Banner tragen. Jeder wedelt damit rum. Und dann gibt es den Banner selber auf der Lackierung. Und auf dem Leiter natürlich auch. Ja, da gibt es noch Batman. Ritter der runden Tafel. Und das Doppelagenten-Paket. Das war's schon mit dem Shop für heute. Mach hallo und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.